Willkommen, ja, zu einem, ja, weit wieder Auflage eines Projektes. Ich habe mir vorgenommen, die Bonus-Level zu zocken von SuperTaxi. Ich habe einfach das, ja, ich würde schon sagen Bedürfnis gehabt, halt dieses Projekt wirklich jetzt auch zu beenden. Mit beenden meine ich, das Spiel komplett zu spielen. Wir haben ja bis jetzt, in Anführungsstrichen, nur die Story gespielt, wenn man es so sieht. Und das soll sich jetzt ändern, indem wir, scheiße, aha, ja, wir haben dazugelernt seit dem letzten Mal. Aha, Punkte bekommen. So. Ich hoffe, das klappt alles so hier. Ist auch übrigens ein geiler Anfang, um meinen neuen Codec auszuprobieren. Ich rendere nämlich ab heute in einem anderen Videocodec, wo die Bildrate auch vielleicht sogar ein bisschen höher ist. Das werde ich dann hinterher sehen. Ja, genau. Aha, Glitch. Hey, Wanderpunkte. Ja. Coins. Her damit. Scheiße. So. Läuft echt ganz gut gerade. Was ja nicht unbedingt... ...ääh, Standard ist bei diesem Spiel. Komm, nächster. Super. Guckt mal, wie das klappt. Scheiße. Oh. Wait. Nicht einmal gestorben. Ja, jetzt wisst ihr auch, ob ich das Level schon geschafft habe und hier nicht weiterkomme. Ah, Fail. Oh, das wird lustig. Ich fühle mich wieder... Na, ich wollte schon sagen, ich fühle mich wieder jung. Ja. Ja. Oh, ich freue mich. Ah. Jetzt bin ich wieder klein. Ah. Das ist episch, ist das. Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Ah. Ich hatte erst an Super Meatball gedacht, so Muffe zwischendurch. Aber ich habe mir gedacht, erst mal zockst du das eine Jump. One so wirklich mal zu Ende, weil, ne? Sag mal, willst du mich verarschen? Egal. Egal. Ja, hier Unknown Title ist ein eigenes Level, was aber Fail ist. Da gibt es ja keinen richtigen Anfang, kein Ende. Da habe ich mich ein bisschen kreativ versucht, aber das kann man knicken. Da. Fuck. So. Na. Nein. So. So. Das hätten wir erledigt. Und scheiße. Ja, nee, das war schon... Das war schon zum Scheitern verurteilt. Und warum habe ich nicht gewartet, dich Idiote? Naja, egal, es hat ja trotzdem geklappt. Excellent. So. Wenn ich die Bonuslevel durchhabe, werde ich das Spiel auch endlich von meiner Festplatte schmeißen. Aber bevor ich es nicht durchhatte, wollte ich es einfach nicht deinstallieren. So. 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 Jetzt können wir hier nämlich warten, bis diese dreckigen Viecher endlich verschwunden sind. Und wir können hier weitermachen. Super. So. Hä? Was? Zur Hölle. So. Lassen wir den Eiszapfen runterkommen. Keine Ahnung, warum der jetzt schon fällt, aber... Also hätte das Spiel, hat das Spiel schon gedacht, wir würden eher verkacken. So. So. V-Run. So. Der wäre weg, die da oben spacken gerade. Schade. Haha. Gefällt mir. So. Komm. So, fall runter. Scheiße. So. Ja, ja. Läuft eigentlich alles super gerade. Weiß gar nicht, warum ich mich vorher immer so aufgeregt habe. Das Spiel ist ja lustig. Okay, das war schlecht. Okay. Ja. Scheiße. Super, das wäre auch etwas assi gewesen. Ja, jetzt sind wir wieder so weit, dass wir nicht weiterkommen. Cave of Mirrors, ich bin noch nie so weit gekommen wie jetzt. Das ist kein Witz, ich bin wirklich so schlecht. Da die Pinguine sind keine dummen. Ja, egal. Ah. Wie gesagt, das ist eigentlich nur so als Test vom neuen Videocodec, ob das diesmal vernünftig abgespielt wird. Im Nachhinein habe ich nämlich gesehen, dass die alten Parts... Super. Nichts zu trinken hier, scheiße. Egal. Wir probieren es nochmal. Wir haben Zeit. Weil im Nachhinein habe ich gesehen, dass die alten Parts, wenn der Pinguin von irgendwas getroffen wird... Ja. Das seht ihr erst, wenn er groß ist. Dann flackert der einmal so kurz. Und dieses Flackern war nicht auf den alten Parts drauf. Und das hat wo am Videocodec auch geliegen. Warum springe ich eigentlich immer und warten nicht, bis dieses scheiß Viech da kaputt gegangen ist? Warum tue ich mir das eigentlich hier gerade an? Ist da was? Wir zocken das jetzt hier mal so zwei Parts. Und je nachdem, wie weit wir in diesen zwei Parts kommen, entscheide ich dann. Scheiße, was mache ich hier? Also ob ich die Bonuslevel zu Ende zocke... Oder nicht? Weil ich sag mal... Aus dem Spaßfaktor her... Ja. Ja. Ich komme hier nicht weg. Haha. Das ist so geil hier. Ach, wisst ihr was? Nein. Komm. Hüpf. Hüpf hier weg. Super. Das ist hier. So. Nur als großer Pinguin können wir das kommende hier... Ach ne, erst müssen diese beiden Köppe ja hier weg. So. 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 Jetzt können wir hier warten. Glaub ich werde das hier sogar in HD rendern. Was zwar eigentlich nicht wert ist, aber... Und wie hat mich das auch gestört? Schau mal, Scheiß drauf. Es juckt mich gar nicht, dass ich hier am Verrecken bin. Irgendwie verkacken wir sowieso gleich wieder da dieses Spiel. Das Spiel ist böse. Dieser Pinguin. Der ist einfach... Ich weiß es nicht. Man kann es nicht beschreiben. Er ist... Böse. Seht ihr, was ich meine? Da. Das... Das kann man schon nicht mehr in Worte fassen. Halleluja. War das ein... Geil. Es speichert hier. Das heißt, wir haben hier nachher noch eine Chance. Ein Glück. So. So. Ich glaube es gar nicht. Wir schaffen das gerade wieder mal. Wir sind gerade wieder in einem richtig guten Run. Aha. Tot. Eine neue Blume. Ich kann es nicht sein lassen. Scheiße. Hier sind wir bis vorhin auch gekommen. Das weiß ich noch. So. Ach du Scheiße. Genau. Ja. Jetzt habe ich sowieso keinen Bock mehr gleich. Aber drei Minuten machen wir noch. Wir können es ja noch mal probieren. Wir können es ja noch mal probieren. Irgendwie spackt das Spiel irgendwie in letzter Zeit mal. Immer wenn ich so aus Spaß mal spielen will. Ne. Aus Spaß. Schon der erste Witz. Ja. 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 Ach wisst ihr was. Ich glaube ich schaffe das hier schon gar keine zwei Parts mehr. Ich wollte ja jetzt zwei Parts zocken. Aber. Mal ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon keinen Lust mehr. Ach seht das einfach als Spaß Video mal. Ich werde glaube ich so hin und wieder mal wieder auf diese. Auf der. Auf Supertags zurückgreifen. Wenn ich mal keine Langeweile habe. Wenn ich so Spaß an mir selber gerade habe. Das kann man jetzt auch wieder zweideutig verstehen. Egal. Wenn man. Wenn ich gerade einfach. Fuck. Fuck. Wenn ich gerade Langeweile habe. Und Bock auf Supertags habe. Was ja manchmal vorkommt. Wie ihr seht. Dann werde ich vielleicht mal wieder versuchen. Ein paar Level hiervon zu zocken. Aber. So oft erwartet es mal besser nicht. Ich glaube ich nehme gleich noch. Verdammt der Scheiße. So. Aber hier oben ist ja wieder eine Blume. Das ist schon mal etwas. Ja ja. So. 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 Oh ich bin gerade stolz auf mich. So. Wir sind wieder bis hierhin gekommen. Ja ja. Schon alles okay. Ich würde mich echt fragen. Wofür das hier ist. Hier ist mit Sicherheit irgendwo ein Ei versteckt. Ja. Nein. Nein. Super. Ah. Guck mal. Ich bin wirklich. Ich mag uns doch. Fuck. Oh. War das knapp. So. Jetzt warten wir bis der hier kommt. Dann können wir nämlich hier einfach so drüber springen. Hm. Ist klar. Ach kommt. Nee. Kommt. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wisst ihr was? Nee kommt. Die zwei Level probieren wir noch. Ja kommt. Das hat sowieso keinen Wert mehr. Es soll nur nicht heißen. Ich hätte dem Spiel keine Chance mehr gegeben. Ich bedanke mich für das Zugrücken bei diesem einmaligen Part. Also das Projekt wird doch nicht fortgesetzt. Irgendwie. Hackt es noch ein bisschen. Wir werden es vielleicht irgendwann wieder an diesem Level probieren. Und wenn hier sollte das irgendwann passieren. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.